Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden nach dem Zweitliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Die Partie endete mit 1 zu 1. Ich begrüße alle Gäste in den Wip-Räumlichkeiten des Glücksgas-Stadions sowie die beiden Trainer hier vorne neben mir, Jorunz-Günter Köstner von Fortuna Düsseldorf und unserem Cheftrainer Olaf Jansen. Wie immer gehört das erste Wort dem Gast. Wie fällt Ihr Fazit aus, Herr Köstner? Das Fazit ist, dass wir mit einer überragenden Moral aus dem Spiel heraus können, mit einer überragenden Moral für das nächste Heimspiel das mitnehmen können. Es fragt sich keiner mehr, ob das dann glücklich war oder unverdient oder, oder, oder. Da werden jetzt natürlich wieder viele, viele Phrasen geschwungen. Fakt ist eins, dass wir in der ersten Halbzeit, weiß Gott, nicht gut nach vorne gespielt haben. Viel zu viel hintenherum die Chance gar nicht nach vorne richtig gesucht haben. Wenn, dann haben wir uns die Bälle nicht gut zugespielt. Nicht diese Entschlossenheit, obwohl heute mit einem Jimmy Hofer, obwohl mit einem Binnenjob, mit einem Duki, mit Michael Lindl. Erst nach dem Rückstand, erst nach dem Rückstand, hat man natürlich gemerkt, dass auch Dresden, den Druck haben sie von vornherein gehabt, nach den Ergebnissen von gestern, haben wir gemerkt, oh, wir haben es, wir haben es jetzt endlich soweit, wir haben dieses Tor, jetzt können wir uns auch etwas zurückziehen und können kontern. So habe ich zumindest den Eindruck gehabt, was ja auch, glaube ich, ganz gut ist. Aber wir sind dadurch besser ins Spiel gekommen, die einen Auswechslungen haben natürlich noch dazu beigetragen. Und wenn man dann zum Schluss so ein Tor macht, frage ich mich nicht mehr, ob es unverdient war. Mit der Moral, die wir gezeigt haben, in den ersten fünf Spielen, war es für mich verdient. Natürlich sehr, sehr unglücklich für die Dresdner Mannschaft, das ist selbstverständlich. Da hat man auch immer wieder dieses Gefühl, weil man ja das kennt, wenn man an deren Stelle ist oder an dieser Stelle schon mal war auch. Und ich habe meiner Mannschaft gratuliert für die überragende Moral, die sie jetzt in den ersten fünf Spielen an den Tag gelegt hat. Und das ist das fünfte Mal hintereinander ungeschlagen. Auf jeden Fall nur einmal gewonnen, das stelle ich auch fest. Aber unser Spiel muss natürlich besser werden nach vorne. Und im Durchsetzungsvermögen, im Laufvermögen, im Sprintvermögen nach vorne, um ins gegnerische Drittel viel, viel schneller und besser hineinzukommen, das muss unser Ziel sein. Aber wir nehmen natürlich den Punkt gerne mit. Danke. Vielen Dank. Trainer, wie fällt Ihr Fazit aus nach dem 1-1 gegen Fortuna Düsseldorf? Ja, ich sage mal so, wir betreiben Ergebnissport und von daher gebe ich den Lorenz absolut recht. Es ist völlig irrelevant, ob irgendwas verdient oder unverdient ist. Sondern die Frage ist die, was steht unterm Strich? Unterm Strich stehen definitiv zum wiederholten Mal mindestens zwei Punkte zu wenig auf dem Konto, die wir hätten haben können. Ich glaube, die Mannschaft hat alles investiert. Sie hat den Gegner, die nun wirklich über eine gute Offensivabteilung verfügen, glaube ich, sehr gut in Schach gehalten. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so die Durchschlagskraft gehabt, aber sicherlich auch schon die eine oder andere Möglichkeit. In der zweiten Halbzeit war das besser. Mit dem Tor haben wir uns sicherlich etwas tiefer aufgestellt. Aber ich denke, dass wir dann im Anschluss drei oder vier sehr, sehr gute Möglichkeiten hatten, wo die Düsseldorfer natürlich ein bisschen kommen mussten, wo wir die Räume dann hatten und den Ball eben nicht über die Linie gebracht haben. Und dann kommt der Moment oder zwei Momente für mich, weil vorher ging ja schon einer an die Latte, nach der 90. Minute, wo wir eben nicht konsequent in unseren Handlungen sind. Denn wenn man 1-0 führt und ist die 90. Minute und dann kommt eine Ecke rein oder ein Freistoß, da kann man sagen, wenn der Ball zu mir kommt, dann ist er weg. Ich verteilige den mit allem, was ich habe. Und in den beiden Momenten haben wir eher weiche Knie gehabt und gedacht, hoffentlich passiert nicht das Schreckliche. Und jeder, der im Stadion war, hat es gesehen, genau das passiert dann. Der Ball geht rein und jeder holt rum und fragt sich, haben wir das verdient? Und ich kann nur sagen, genau darum geht es. Wenn das Ergebnis so ist, dann haben wir uns das ein Stück weit verdient, weil wir eben in dieser Aktion nicht mit allem, was wir haben, uns dagegen geschmissen haben. Und das wird auch der entscheidende Faktor für mich in den nächsten Wochen sein, ob die Jungs jetzt am Boden zerstört sind und heulen oder ob sie sagen, okay, das war eine bittere Pille, die der Fußballgott für uns heute parat hatte, aber jetzt erst recht. Es gibt genügend Dinge, wo wir uns dran hochziehen können, genügend Dinge, die jeder, der Fußball gespielt hat, auf dem Platz sieht. Aber wir brauchen die Ergebnisse. Und darum wird es gehen und darum wird es am Freitag gehen, auch wenn es in Paderborn ist oder gerade weil es in Paderborn ist. Und darauf werde ich meine Mannschaft auf- und einstellen. Euch Lorenz wünsche ich alles Gute. Danke. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen aus Düsseldorf einen angenehmen und sicheren Heimweg und viel Erfolg für den Rest der Runde. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.